Ich hatte einmal einen Kunden, der zu mir in die Praxis gekommen ist mit einem entzündeten Darm und der sehr viel oder sehr regelmäßig Schaf gegessen hat. Und ich weiß noch, dass ich damals erstaunt war, dass er dachte, dass das eine gute Idee ist, respektive, dass er sich eigentlich gar nichts dabei gedacht hat, regelmäßig Schaf zu essen, obwohl er Darmprobleme hatte. Und jetzt habe ich eine Frage zu diesem Thema bekommen und habe auch so ein bisschen verstanden, warum manche Menschen vielleicht denken könnten, dass scharfes Essen gut für den Darm ist. Und dieser Frage wollte ich gerne nachgehen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann bleib unbedingt dran. Ich habe zwei tolle Expertinnen zu diesem Thema befragt und ich glaube, da kann jeder was mitnehmen von ihren Aussagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Darmblück-Podcasts. Mein Name ist Julia Gruber, ich bin deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. So langsam gehe ich ja schon auf Folge 150 zu. Für mich ist das so ein Meilenstein. Wir sind heute bei Folge 136 und ich wollte mich heute einfach mal ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du so fleißig meine Podcast-Folgen hörst. Ich habe gerade in den letzten paar Wochen ein paar E-Mails bekommen von Leuten, die wirklich schon regelmäßig mit dabei sind, die schon viele Episoden gehört haben. Und es hat mich einfach gefreut, mal wieder von ein paar Leuten zu hören, dass sie immer noch dabei sind, dass sie die Folgen gerne hören, weil ja, manchmal stellt man sich schon die Frage, lohnt sich das, was ich hier mache? Hört mir überhaupt jemand zu? Und dieses Podcast, habe ich ja, glaube ich, schon mal hier gesagt, ist manchmal so ein bisschen einsam, weil man natürlich kein direktes Feedback bekommt. Aber ich weiß, dass du da bist und ich sehe es ja auch an den Download-Zahlen. Also letzten Monat wurde der Podcast ungefähr 12.000 Mal runtergeladen. Also da muss ja jemand sein und von dem her mache ich natürlich gerne weiter. Eine Form, wie du mir rückmelden kannst, dass du dabei bist, sind natürlich Rezensionen, also Bewertungen des Podcasts. Das kann man bei Apple Podcasts oder iTunes oder wie auch immer das jetzt heißt, machen. Und da habe ich letzten Monat eine Rezension bekommen von einer Hörerin, die hat geschrieben, ich höre diesen Podcast seit mehreren Jahren und finde die Themenauswahl immer sehr gelungen. Julia Gruber berichtet sehr informativ und gut verständlich über den Darm. Weiter so. Vielen lieben Dank für diese nette Rückmeldung. Natürlich mache ich weiter. Und ja, wie gesagt, eben Rezensionen, das ist sowas, wo ich mich wirklich sehr darüber freue. Erstens mal, weil es mir einfach zeigt, dass meine Arbeit etwas wert ist und zweitens, weil ich weiß, dass je mehr Rezensionen ein Podcast hat, desto mehr andere Leute finden den Podcast auch oder hören dann auch mal rein, wenn da natürlich gute Bewertungen vorhanden sind. Anscheinend kann man auch über Spotify bewerten. Da muss ich mich vielleicht mal noch schlau machen, wie das genau geht. Aber wie gesagt, also wenn du eine Rückmeldung da lassen möchtest, freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ich habe auch eine andere Form von Rückmeldung bekommen, nämlich eine Frage von einer Hörerin. Und zwar hat sie geschrieben, euer Podcast ist sehr lehrreich. Danke dafür. Super Frage. Natürlich Gewürzekräuter, die eine Rolle spielen für Darmgesundheit. Das ist, da könnte ich jetzt was darüber sagen, das ist halt sehr eine allgemeine Frage, die ich immer sehr schwer zu beantworten finde, weil es natürlich auch dann wichtig ist zu wissen, was sind Beschwerden? Also ich gucke mir halt lieber konkret ein Beispiel an von einer Person, die jetzt meinetwegen Durchfall hat oder Verstopfung oder irgendwas und dann kann man da überlegen, womit man unter Umständen noch helfen kann. Es gibt natürlich schon Gewürze und Kräuter, die helfen. Klassisch kennt man den Kümmel, Kamele, Fenchel, Anis. Das sind alles Gewürze, die auf jeden Fall die Verdauung unterstützen können. Wir haben ja bei uns ein Produkt, das Herbal, wo unterschiedliche Kräuter drin sind und was ich immer sehr empfehle, wenn jemand zum Beispiel Blähungen oder Verstopfungen oder solche Dinge hat und da sind unterschiedliche Kräuter drin. Also da kann man sicherlich auch mal einfach sowas ausprobieren. Wir haben die Bittertropfen. Ich bin ein langjähriger Fan von Bitterstoffen, weil die einfach auch sehr, sehr gut die Verdauung unterstützen, indem sie unter anderem eben auch helfen, den pH-Wert zu regeln. Und sehr oft ist es so, dass gerade Menschen, die Verdauungsprobleme haben, eben oftmals den pH-Wert nicht im Optimalbereich haben. Das sieht man eigentlich nur in der Stuhlanalyse, wo der pH-Wert steht. Und ja, das ist auf jeden Fall was, was man mal nachgucken kann. So, jetzt musste ich doch erst meinen Hund beruhigen. Ich sage mal Hallo an alle Hunde, Freunde und Besitzer. Und ihr kennt das vielleicht auch, dass die Hunde manchmal zu den unmöglichsten Momenten anfangen zu bellen. Jetzt ist sie wieder ruhig und wir machen weiter. Wie gesagt, allgemein über Kräuter und Gewürze und ihre Wirkung auf den Darm möchte ich jetzt nicht unbedingt eingehen. Grundsätzlich gibt es aber zu sagen, dass ich auf jeden Fall ein großer Fan bin, Kräuter und Gewürze zu verwenden. Und hier habe ich mal einen sehr guten Tipp gehört, gerade wenn es um Gewürze geht, dass man, wenn man am Kochen ist, einfach mal an unterschiedlichen Gewürzen riecht. Und so ein bisschen die Intuition entscheiden lässt, was man denn heute verwendet. Also ich würde dir auch empfehlen, ruhig ein bisschen abzuwechseln, unterschiedliche Dinge zu nehmen. Und Kräuter ist auf jeden Fall eine gute Idee, überhaupt die zu verwenden. Die haben auch Bitterstoffe, eigentlich alle Kräuter enthalten auch Bitterstoffe. Frische Kräuter sind auf jeden Fall eine Bereicherung. Und da würde ich dir empfehlen, einfach auszuprobieren, zu experimentieren, unterschiedliche zu verwenden. Ich finde es ja auch immer ganz wichtig, dass du überhaupt Gewürze verwendest, damit dein Essen auch lecker schmeckt. Viele Leute haben so das Gefühl, ja, gesunde Ernährung, da muss ich mich kasteien und das schmeckt dann nach nichts. Das soll überhaupt nicht das Ziel sein. Also wenn du selber kochst und dich um eine gesunde Ernährung bemühst, dann finde ich es extrem wichtig, dass die auch lecker schmeckt. Und da helfen eben Kräuter und Gewürze auf jeden Fall ganz, ganz viel. Die Frage der Hörerin geht allerdings noch weiter und auf diesen Aspekt möchte ich in dieser Folge tatsächlich etwas mehr im Detail eingehen. Und sie schreibt, in der TCM wird die Meinung vertreten, dass scharfe Gewürze Entzündungen erfördern, da sie erhitzend wirken. In der Schulmedizin wird hingegen gerade bei Entzündungen dazu geraten, scharf zu essen, weil das die Entzündung eindämme. Was ist dein Standpunkt dazu? Jetzt, wenn ich Gewürze und Wirkung von Gewürzen auf den Stoffwechsel höre, dann denke ich unweigerlich an meine Kollegin Dr. Sabine Paul. Und deswegen habe ich sie um ein Statement gebeten zu genau dieser Frage, also zu diesem Widerspruch sozusagen zwischen TCM und Schulmedizin. Und ob sie jetzt der Meinung ist, dass scharfes Essen tatsächlich gut für den Darm ist. Sabine ist promovierte Molekular- und Evolutionsbiologin und hat langjährige Erfahrung als Wissenschaftsautorin. Sie ist Referentin und Trainerin zu den Themen evolutionäre Medizin, Ernährung und Psychologie. Einfach, dass du weißt, mit wem du es da zu tun hast. Und ich finde ihr Statement sehr, sehr spannend. Hör es dir gleich an und ich bin gespannt, was du davon hältst. Ja, scharfe Gewürze und ihre Wirkung. Dazu gibt es ja unterschiedliche Meinungen, was man verwenden sollte, in welchen Mengen man das verwenden sollte. Wenn man mal schaut bei den traditionellen Ernährungs- und Gesundheitslehren, gibt es da ja auch eindeutige Anleitungen zu. Die traditionelle chinesische Medizin zum Beispiel sagt, dass scharfe Gewürze den Dickdarm stärken. Also das wäre positiv. Warnt aber vor zu großen Mengen, also bei diesen ganz scharfen Gewürzen wie Pfeffer, aber auch Chili und verschiedene andere Gewürze. Und da ist sicherlich auch was dran, dass man natürlich bei den Mengen etwas vorsichtig sein sollte. In der ayurvedischen Ernährungs- und Gesundheitslehre, da werden ja im Gegenteil sogar die scharfen Gewürze wie Pfeffer und Ingwer vor allen Dingen sehr gerne genutzt, um die Wirkung von Medikamenten zu verbessern. Das nennt sich ja Bio-Enhancer, also Verstärker der Aufnahme und Wirkung von anderen Substanzen. Und das ist ein sehr altes Prinzip. Das heißt, da werden gerade gezielt scharfe Gewürze auch eingesetzt, um da positive Effekte zu erzielen auf die Gesundheit. Und wenn man mal in die aktuellen Forschungsergebnisse schaut, dann bestätigen sie und erweitern sie diese traditionellen Erkenntnisse. Ich möchte es mal an drei Beispielen kurz erläutern bei Chili, Pfeffer und Ingwer. Bei Chili hat man herausgefunden, dass es tatsächlich der scharfe Inhaltsstoff, das Capsaicin, die Darmdurchlässigkeit erhöht. Und zwar in einer Art, wie man das auch bei einem Leaking Gut, also einem durchlässigen Darmsyndrom kennt. Da werden die Verbindungen zwischen den Darmzellen gelockert. Das ist eigentlich das, was man nicht so gerne hat. Denn wir wollen ja die Darmbarriere schön dicht, damit da ganz kontrolliert der Übertritt von Nährstoffen stattfindet oder Krankheitserreger abgeblockt werden können. Das heißt, obwohl Chili selbst und dieser Wirkstoff Capsaicin schmerzstillende und antientzündliche Wirkung hat, würde ich Chili nicht empfehlen bei einem Leaky Gut oder bei Darmentzündungen. Einfach weil es diese Effekte der Darmdurchlässigkeit, die wir da schon haben, noch verstärkt. Der Effekt von Chili da ist reversibel. Das heißt, es dauert ein paar Stunden. Dann ist diese Capsaicin-Wirkung aus dem Chili dann wieder verschwunden. Aber man muss ja, wenn man da Probleme hat in diesem Bereich, das nicht noch über Chili weiter anheizen. Anders sieht es aus beim Pfeffer. Der Pfeffer erhöht, wenn man so will, auch die Transportfähigkeit über die Darmbarriere hinweg. Aber nicht in dem zwischen den sonst fest verbundenen Darmzellen, was gelockert würde, sondern über den üblichen Weg, nämlich über die Darmzellen selbst hinweg. Da geht ja über diese Proteine, die wie so Kanäle, wie so Tunnels sind in der Zellwand, gehen die Moleküle hin und her. Und der Pfeffer erleichtert diesen Übertritt. Und deshalb wird er auch als Bio-Enhancer, also Verstärker tatsächlich genutzt, hat auch therapeutische Wirkung und kann zusätzlich zu seiner eigenen anti-entzündlichen Wirkung dann natürlich auch zum Beispiel Wirkstoffe aus anderen Gewürzen oder Kräutern oder gar Medikamenten verbessern. Man kennt ja die Kombination von Pfeffer und Kurkuma als besser wirksam als zum Beispiel Kurkuma allein. Das heißt, bei einem Leaky Gut oder einer Darmentzündung kann man im Gegensatz zu Chili den Pfeffer tatsächlich gut verwenden. Er hat sogar positive Effekte. Auch hier gilt natürlich immer die Mengemacht. Das Gift also jetzt nicht übertreiben, aber Pfeffer ist dann durchaus sehr positiv auch einsetzbar. Ja, und dann haben wir noch den Ingwer. Der hat auch einen ganz besonderen Effekt. Das hat man jetzt recht kürzlich herausgefunden. Noch im Tiermodell an dem Beispiel, wenn es durch antibiotikabedingte Durchfälle gibt. Was kann man da tun? Und da hat man festgestellt, dass der Ingwer tatsächlich zwei tolle Effekte hat. Einmal sorgt er dafür, dass das gesunde Darmmikrobiom sich schneller wieder herstellt. Und zum anderen werden tatsächlich diese bei den Durchfällen auftretenden Durchlässigkeit des Darms repariert, wenn man so will. Und zwar genau das Gegenteil im Prinzip, was Chili macht. Das Chili öffnet ja zwischen den Darmzellen, was wir nicht haben möchten, die Tide Junctions. Und der Ingwer stellt sie wieder her. Also sorgt dafür, dass diese Darmbarriere wieder dicht wird an dieser Verbindung zwischen den einzelnen Darmzellen. Das heißt, das ist gerade dann bei Durchfallerkrankungen sehr sinnvoll, den Ingwer zu verwenden. Und da ist ja sowieso auch ein bisschen anti-entzündlich. Also Ingwer und Pfeffer sind da durchaus empfehlenswert. Aus diesem Grund sollte man nicht scharfe Gewürze jetzt pauschal bei Darmproblematiken ablehnen, sondern genau hinschauen, welche Situation habe ich und welches Gewürz ist da nicht sinnvoll und welche Gewürze können sich da aber auch sehr positiv auswirken. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat, wie scharfe Gewürze auf dem Darm wirken und auch bei verschiedenen Darmproblemen verwendet werden können. So, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand es gerade mega spannend. Vielen Dank, liebe Sabine. Wenn du mehr von Sabine hören möchtest, sie war bereits zweimal zu Gast hier im Darmglück-Podcast. Und zwar war sie in Folge 123 zum Thema Immunsystem stärken und in Folge 70 zum Thema Entstressen mit ätherischen Ölen. Also diese Folgen kann ich beide empfehlen und ich verlinke die natürlich auch in den Folgenotizen. Außerdem hat Sabine ein tolles kostenloses Angebot auf ihrer Webseite. Die heißt nerven-power.de und da hat sie einen Immunpower-Schnupperkurs. Den kann ich dir nur wärmstens empfehlen und ich werde den auf jeden Fall auch verlinken in den Folgenotizen. Die findest du auf arktisbiopharma.ch-136. Jetzt wollte ich aber gerne noch eine andere Stimme zum Thema scharfe Gewürze Ja oder Nein hören. Denn in der Frage war ja auch der Hinweis zu TCM gefallen und da habe ich natürlich an Daniela Pfeiffer gedacht. Daniela ist Dietologin, Buchautorin und sie hat sich auf das Thema Low-Carb-TCM spezialisiert. Und da sie halt eben das Wissen von beiden Welten verbindet, also westliches Ernährungswissen mit östlicher TCM-Dietetik, war sie ja prädestiniert, diese Frage zu beantworten. Hier kommt das Statement von Daniela. Ja, dazu möchte ich mal sagen, dass in der TCM immer der Gesamtverband gesehen wird. Und sehr wohl weiß man, dass scharfe Gewürze entzündungshemmend sein können. Aber bei uns im Westen wird immer wieder verstanden, wenn etwas gut ist, dann ist viel von dem viel gut. Und das stimmt ganz einfach nicht. Wenn ich das so sehe, beim Ingwer zum Beispiel wird bei uns medial immer rauf und runter erzählt, Herbst, Winter, Ingwer-Tee ist so gut, Immunabwehr steigernd und so Entzündungshemmend und so weiter. Und bei uns versteht man dann von in der Früh bis am Abend Ingwer-Tee trinken oder Unschauder jeden Tag Ingwer-Tee, Ingwer überall drüber schmeißen und Ingwer ist so gesund. Und da verlassen wir jetzt natürlich das gesunde Level. Die Dosis macht das Gift. Man muss genau wissen, was man tut. Es ist immer verbunden mit Erhitzend, das stimmt. Und dadurch auch entzündungsfördernd, wenn es Überhand nimmt. Ich erkläre das immer total gern mit einem Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer hat nur niemandem geschadet. Im Gegenteil, das tut gut. Wenn man so ein Ingwer gezielt einsetzt oder Pfeffer, Chili, alle diese entzündungshemmenden Gewürze und so weiter haben eine entzündungshemmende Wirkung. Aber dann soll es beim Lagerfeuer bleiben. Ich brauche auch noch rundherum Feuerwehrleute, die aufpassen, dass das Lagerfeuer nicht Überhand nimmt. Das heißt, ich brauche ausreichend erfrischendes Gemüse dazu, leicht verdaulich zubereitet, die eben diesen entzündungshemmenden Faktor, zum Beispiel bleiben wir beim Ingwer oder beim Pfeffer, in den Körper hineintransportieren und dort dann auf die Wirkung machen. Wenn jetzt jemand eine akute Darmentzündung hat, also das ist dann schon über dem Lagerfeuer hinaus, und ich komme jetzt mit dem Flammenwerfer Ingwer nach, Pfeffer, Chili, dann wird das natürlich Überhand nehmen, das Ganze. Wenn ich das jetzt aber mache mit einem Gemüsewob oder gedünsteten Gemüse oder Gemüsesuppe und da ist etwas Pfeffer dabei und die Dosis richtet sich dann danach, ich sage immer, wenig wirkt da schon viel, dafür aber kontinuierlich genommen. Das sollte dann so gewürzt sein, dass man es vielleicht ein bisschen rausschmeckt, aber nicht als Schärfe erkennt. So, dass ein zweijähriges Kind noch essen würde, dann habe ich den Wirkstoff drinnen, kontinuierlich drinnen und habe jetzt in dem Verband mit dem vielen Gemüse und vielleicht auch noch derjenigen Zubereitungsart, und DCM geht immer auf suppig-saftige Zubereitungsart, das tut man ja im Westen nicht. Raus da den Ingwer rein, Form von Tee und alles andere ist wurscht. Also da missversteht man das Ganze. Und wenn man das richtig macht, im richtigen Verband, dann kann man es auch einsetzen. Wenn man jetzt nur sagen, Scharf ist anti-entzündlich und deswegen ist es gut, wird bei uns im Westen einfach völlig falsch angewandt. Super. Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Gibt es denn Gewürze, wenn jetzt jemand Darmprobleme hat? Die Frage ist natürlich immer, was sind die Probleme? Reden wir jetzt von Verstopfung oder Durchfall. Aber mal abgesehen davon, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, gibt es Kräuter, Gewürze, Dinge, wo du sagen würdest, die sind verdauungsfördernd, darmfördernd? Fällt dir dazu noch irgendwas ein? Naja, das ist auch da wieder im Verband. Das Gewürz alleine nützt nichts. Also wenn ich da jetzt auch, oder sagen wir mal, das Lebensmittel. In der DCM setzt man mehr noch die Lebensmittel jetzt für solche Sachen ein. Und da gehört jetzt einfach das Pfeilwurzelmehl oder Kuh dazu. Das ist einfach Darmschleimhaut heilend. Sagen wir es jetzt einfach, nehmen wir mal das Wort im Mund. Ich mag es nicht so ganz so unbedingt. Ganz klar. Aber wenn man nicht darmgesunde Ernährung hat, dann nützt es da auch nichts, jetzt was ich da kamille hinten auch zu hauen. Oder halt ein Fenchelkümmel an ist, was man eh so weiß, klassisch, dass das für einen Darm gut ist. Also es gehört eine darmgesunde Ernährung im Verband. Man kann dann vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk auf verschiedene andere Lebensmittel legen, die darmförderlich sind. Und da gehört jetzt von der DCM her alles, was so ein bisschen Richtung Metallelement unterwegs ist. Also alles weiße wie Kaffiol, also Blumenkohl, Kohlrabi, der weiße Rettich und so weiter genauso dazu. Ist auch lungenfördernd, hautfördernd. Wie jetzt zum Beispiel eine leichte Schärfe, was auch der Rettich und Radieschen und so weiter ohnehin drinnen haben. Also man muss immer im Verband sehen. Und nicht eines alleine, weil auch da wieder im Westen missverstanden, dann schüttet man sich mit dem einen zu. Und es nützt nichts, jetzt, was weiß ich, einen Rettichsalat zu essen, roh möglichst noch, weil ich gesagt habe, weiß und Rettich. Und ansonsten nichts suppig, saftig essen, sondern vielleicht ein Toastbrot, also etwas Getrocknetes. Das ist jetzt zum Beispiel, das habe ich vergessen zu erwähnen, bei den scharfen Gewürzen der Fall, dass zu viel Schaf, zu viel Hitze ja austrocknend wirkt. Wie gesagt, bei einem Feuer. Wenn zu heiß ist, dann verdampfen und verdunsten körpereigene Säfte. Und das fördert den Alterungsprozess, das wollen wir alle nicht. Trocknet auch Sehnen, Bänder, Gelenke auf und die Körpersäfte brauchen wir natürlich zum Gesundsein und das verbrennt durch zu viel Hitze. Das ist genau das Gegenteil dann, weil auf Trockenheit natürlich besser Entzündung entstehen kann wie auf Feuchtigkeit. Deswegen immer im Verband sehen. Super, vielen Dank. Das war also das spannende Statement von Daniela. Wenn du mehr über Daniela erfahren möchtest, dann kann ich dir auch ein Podcast-Interview hier im Darmglück-Podcast empfehlen. Und zwar war das Folge 95, wo sie über den Zusammenhang über Darm und Leber aus Sicht der TCM gesprochen hatte. Auch sehr spannend, kann ich sehr empfehlen. Danielas Webseite lautet daniela-pfeifer.at und sie hat eine tolle Mitgliederplattform mit dem Namen TCM Low Carb Club und auch das werde ich gerne in den Folgenotizen verlinken. Wenn du mehr über TCM lernen möchtest, dann kann ich Daniela auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich danke beiden Kolleginnen für ihre Mithilfe in dieser Podcast-Episode und ich hoffe sehr, dass die Fragestellerin und auch du etwas für euch mitnehmen konntet. Hast du Fragen vielleicht auch oder irgendein Thema, was ich mal in einer Podcast-Folge behandeln könnte? Dann schreib mir sehr gerne. Vielleicht kann ich dein Thema oder deine Frage auch mal in einer kommenden Episode behandeln, wenn sie sich eignet natürlich. Ein Thema, wozu ich schon sehr oft gefragt wurde, ob ich da nicht mal eine Podcast-Folge machen kann, ist das Thema Fasten. Und darüber werde ich in der übernächsten Folge mit der Naturheilpraktikerin Anne Faulborn sprechen. Da freue ich mich schon sehr darauf. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann ist es eigentlich die beste Idee, wenn du den Podcast abonnierst. Du kannst das auf verschiedensten Apps machen. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, überall. Oder du trägst dich auf unseren Newsletter ein und auch da weise ich immer wieder auf den Podcast hin. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Also wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich überzeugt, dass es auch Freunden von dir gefallen könnte, Familienmitgliedern und so weiter. So ein Podcast lebt halt tatsächlich auch von Weiterempfehlungen. Und falls dich jetzt das eine oder andere interessiert, was du von den Expertinnen gehört hast, zum Beispiel die Kombination von Kurkuma und Pfeffer. Hier haben wir ein Produkt, das nennt sich Kurkumin und da ist auch Piperin mit drin. Und das wäre zum Beispiel was, was du mal ausprobieren kannst. Bezüglich Kräutern hatte ich ja schon das Herbal erwähnt. Und bei Arktis Bio Farmer Deutschland gibt es das Herbal neu auch mit Ingwer. In der Schweiz überlegen wir noch, ob wir es ins Sortiment reinnehmen. Aber wenn das Thema Ingwer bei dir spannend wäre, wäre das vielleicht auch mal noch was, was du ausprobieren kannst. Für die Produkte bekommst du ja als Podcast-Hörerin oder Hörer einen Rabatt, wenn du zum ersten Mal bei uns bestellst. Und dieser Rabatt-Code, den du einfach in das entsprechende Feld eingibst, bevor du bezahlst, dieser Code heißt Podcast15, also Podcast15, alles aneinander. Wenn du in Deutschland lebst, dann bestellst du über arktisbiopharma.de oder eigentlich überhaupt im ganzen EU-Raum. Und wenn du in der Schweiz lebst, auf arktisbiopharma.ch Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören und wünsche dir jetzt eine gute restliche Woche. Bis dann! Tschüss! 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 Vielen Dank.